In diesem Video sehen Sie, wie RTS-Produkte in Tahoma eingelernt werden. Hinweis Die Benutzeroberfläche in diesem Video kann geringfügig von der tatsächlichen Oberfläche abweichen. Hinweis Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Tahoma Connect oder Premium an das Stromnetz angeschlossen und mit dem Internet über LAN verbunden ist. Hinweis Für das Einlernen von RTS-Produkten benötigen Sie entweder einen internetfähigen Computer, ein Windows-Tablet mit installiertem Flash Player oder ein iPad mit der Tahoma-App. Mit einem Android-Tablet muss das Einlernen über den Internetbrowser erfolgen und nicht über die App. In unserem Beispiel verwenden wir einen Computer, um die Produkte einzulernen. Gehen Sie mit Ihrem Browser auf die Website www.mytahoma.com Loggen Sie sich in Tahoma mit Ihren Zugangsdaten ein. Sie befinden sich jetzt auf der Bedienoberfläche von Tahoma. Zu Beginn müssen die Produkte eingelernt werden, die mit Tahoma bedient werden sollen. Drücken Sie den Menü-Button und wählen Sie dort Systemeinstellungen aus. Sie gelangen automatisch auf die Registerkarte I.O. Wählen Sie die Registerkarte RTS aus. Klicken Sie hier auf Hinzufügen und wählen Sie das entsprechende Produktsymbol aus. In unserem Beispiel wählen wir das Rollladensymbol aus. Klicken Sie dann auf Weiter. Testen Sie nun Ihren Rollladen mit dem dazugehörigen Funksender. Stellen Sie sicher, dass Sie nur einen Rollladen damit bedienen können. Fahren Sie den Rollladen, den Sie einlernen möchten, aus der Endlage heraus, zur besseren Erkennung der Reaktion. Klicken Sie auf Weiter. Jetzt bekommen Sie eine Auflistung einiger RTS-Funksender gezeigt. Wählen Sie Ihren Funksender aus und klicken Sie wieder auf Weiter. Halten Sie jetzt die PROC-Taste am eingelernten Funksender so lange gedrückt, bis der Rollladen mit einem Winken bestätigt. Drücken Sie auf Hinzufügen, um die automatische Erkennung des in Lernbereitschaft versetzten Rollladens mit Tahoma zu starten. Tahoma sucht jetzt nach dem im Lernmodus befindlichen Produkt. Warten Sie, bis Tahoma das Produkt gefunden hat und drücken Sie dann auf Testen, um den Einlernvorgang zu überprüfen. Der Rollladen fährt jetzt automatisch nach unten. Sie können den Rollladen auch stoppen. Klicken Sie nach erfolgreichem Test auf Weiter und benennen Sie anschließend den Rollladen. Bestätigen Sie die Namensvergabe mit OK. Das Einlernen des Rollladens in Tahoma ist hiermit abgeschlossen. Gehen Sie jetzt zurück zur Tahoma-Startoberfläche, um das Produkt zu bedienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017